Hallo zusammen, Eizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest, der unendlich brennende Himmel anzunehmen bei Ebisian in der Savalekhöhle an dieser Stelle. Vor Quest war durch die Kohlenharken, Quest ist angenommen und jetzt heißt es Feuer gelöscht. Gut, das sind diese Feuer und wir müssen diese löschen. Kurze Zeit nachdem man die Quest angenommen hat, erscheint auch so ein extra Knopf. Er kann bei euch auch anders sein, je nachdem wie ihr euer Interface eingestellt habt. Aufs Feuer zielen und links klicken. Und schon haben wir 10%. Jetzt dauert es wieder ein bisschen bis der Knopf erscheint. Also, der Ebisian braucht 5 von 5 Stärke. Dann erscheint der Knopf wieder. 28%. Da oben haben wir noch was. Wir müssen auch Dorfbewohner finden. Hier liegt einer. 1 von 5. Nochmal Feuer bluschen. Komm, Energie. Schneller, du brauchst ein bisschen Tempo. Ich werde die Kraft finden. Dann hier unten noch. Hier ist anscheinend noch ein Dorfbewohner. Ihr müsst helfen klicken. Und jetzt haben wir 2 von 5. Ich werde die Kraft finden. 62% haben wir jetzt. Hier ist auch noch Feuer. Bei diesem Dorfbewohner kann man jetzt nichts anklicken. Aber bei dem da. Der hat dazu gezählt. Und bei dem hier könnte es sein, dass zuerst das Feuer gelöscht werden muss. Könnte aber auch sein, dass es auch nichts zu bedeuten hat. Mal schauen. Löscht. Und hier kann man immer noch nichts machen. Also ist es einfach nur ein Sodabewohner. Ui, hier wird es ein großes Feuer. 99% sehr gut. Hier bei diesem Bewohner noch anquatschen. Dann müssen wir helfen. Gleichzeitig Feuer bluschen. Und dann sollte gleich die Quest bereit zur Abgabe sein. Sucht nach Dorfbewohner. Einer fehlt mir noch. Dann suche ich mal danach. Da ist einer. So, da habe ich auch jetzt 5 von 5. 5. Nun geht es in dieses Gebäude. Also im Zentrum von Loam. Und hier mit Honigpelz quatschen. Und dann können wir hier hinauslaufen. Und dann können wir hier hinauslaufen. Wunderbar. Quest ist abzugeben bei Ebisian. In der Savalekhöhle. Ich hoffe mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und falls ihr wollt schaut in die Kommentare, da findet ihr den Link zu meinem Twitch Kanal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Tschö.